Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Verzeihen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Verzeiht. Verzieh. Halb verziehen. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich verzeihe. Du verzeihst. Er verzeiht. Wir verzeihen. Ihr verzeiht. Sie verzeihen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich verziehe. Du verziehst. Er verzeiht. Wir verziehen. Ihr verzieht. Sie verziehen. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe verziehen. Ich verzeihe. Du hast verziehen. Du hast verziehen. Er hat verziehen. Wir haben verziehen. Ihr habt verziehen. Sie haben verziehen. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich verzeihe. Du verzeihst. Er verzeihst. Er verzeihe. Wir verzeihe. Ihr verzeiht. Sie verzeihen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich verziehe. Du verzeihst. Er verzeihe. Wir verziehen. Ihr verzieht. Sie verziehen. Den Schluss macht der Imperativ. Verzeihe du. Verzeihen wir. Verzeiht ihr. Verzeihen Sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb verzeihen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Das war los. 競一个 Schauen. Gebt uns einen Daumen nach oben hier. Der Theater hatado in welHAdo. Dann gebt uns einen Daumen nach oben.